So, hier ist E-Rot. Patsch, 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 patsch. Oh, da oben ist ne Leiter. Da sollten wir vielleicht mal einen Stromstoß geben. Ich verkrieche mich in ne Rühre. Das sieht er mich nicht. Das hat sehr schön funktioniert. So, trotzdem mal gucken. Hier sind, glaube ich, auch wieder Zellen. Ich glaube, das sind Zellen, ne? Oder sind es einfach nur Lagerräume? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, ist mal jemand. Das haben wir auch schon gescannt, glaube ich. Oh, vier. Wir haben den Schlüssel vier. So, dann machen wir hier den Stromstoß. Dann brauchen wir nämlich nur einen. Den können wir auch nochmal scannen, wenn wir gerade einmal dabei sind. So, damit können wir jetzt die Tür vier öffnen. Tür vier war hinten gewesen, ne? Trotzdem würde ich aber einmal nach oben gucken, was oben ist. Einfach nur mal so, weil wir da lang können. Wo geht's denn hier hin? Aha, und außerdem gibt's hier ein Secret. Siehste? Elf von 28. Tada. Ist hier noch ein Secret irgendwo? Oh, ist noch eine Leiter. Abkürzung. Ach, da ist noch jemand. Gib mir mal deinen Schlüssel. Aber die haben alle irgendwie so eine Kapsel drin, um mal Tür zu öffnen, ne? Die haben alle irgendwie so... Dings. Ganz schön gut, dass ich hier im Dunkeln lang renne. Oder laufe. Ist das der von der... Den ich denke? Ist das der von vorhin? Oh, nein. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Hier in der Eckkomm... Ich hab keine Munition mehr! Lass mich! Ahahaha! Aua! Lass mich, du Affe! Ich weiß gar nicht, wo ich bin! Ach so, hier! Das war der eine, der uns verfeucht hat am Anfang. Jetzt sind wir wieder bei der ersten, die am Weinen ist. Die in Ecke, da. Die weint da. Das heißt, wir müssen jetzt wieder nach unten. Okay, also da kam man dann rum. Alles klar. Okay. Verstehe. So ergibt da raus ein Schuh. So wie da ein Schuh draus. Und jetzt können wir quasi diese Tür auch öffnen. Und die eine, wo wir vorhin waren. Na, wo kommen wir denn jetzt hin? Oh, ein neues Tonband. Oh, ein neues Tonband. Nein, niemand antwortet. Sie haben uns gegründet und haben uns gegründet. Warum? Warum? Ich wollte es niemals trinken. Warum habe ich es trinken? Ich kann es nicht mit den anderen sein. Ich könnte es zehn Wochen später sein. Monate? Wie lange hat es so gemacht? Oh Gott, wie lange hat es so gemacht? M-hm. 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 Okay. Haben die irgendwas getrunken? Warte mal, ich muss ja aufladen, ne? M-hm. So, hier kürzen wir ab. M-hm. M-hm. Oder zwei. Oder drei. So, warte mal. Ich lade mal eben die Batterie auf. Sind das überdimensionale Ofenschalter? Oder was sind das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Wo geht es denn da rein? Nur mal gucken. Irgendwas besonderes. Vielleicht ein Secret oder so. Oh, hier ist noch ein Schacht. Na, guck mal einer an. Da kann man nochmal abkürzen. Haben wir die sehr schön umgangen. Oder vier. Oder vier. Eins, zwei oder drei. Ob du richtig stieß, siehst du, wenn das Licht angeht. Sag mal, wo geht es denn hier hin? Ich frage fünf Räumt. Aha. Zwölf und achtundzwanzig. Tup, tudu, tudu. So, hier können wir nochmal aufladen, den Arm. Am Armladen. Am Armladen laden wir den Arm auf. Watertank-Container. Ah, okay. Ich. Keine Ahnung. Oben ist nochmal ein Armladen. Ich höre schon wieder welche. Da steht einer. Ich weiß noch nicht genau, wo wir jetzt lang müssen. Ob wir da unten nochmal müssen? Ich mache auf jeden Fall alle Leitern runter. Ich glaube eher da unten müssen wir hin. Oh nein. Wie viele von denen hier einfach sind. Und natürlich brauchen wir nochmal den Arm. Selbstverständlich. Wir müssen nach oben nochmal die Dings holen, oder? Oder reicht das? Das reicht sogar. Aber jetzt haben wir keine Munition mehr, ne? Gut, jetzt? Ich gehe den Arm nochmal laden. Ich dachte, die Tür geht auf. Oh, Bruder. Oh, Alter, da muss ich los. Ciao. Oh, für Leiter kann ich mir nichts tun. Oh. Das hört sich so komisch an. Ist er noch hier? Warte, ich lade meinen Arm. Vor allem, was haben wir denn jetzt damit eingeschaltet? Ist es aktiviert? Oh, ernsthaft? Aua, Alter. Schubst du mich von der Leiter? Willst du mich verarschen? Schubst du mich einfach von der Leiter? Ich bin in der Röhre. Du kannst mir gar nichts. Oder müssen wir mit den anderen Leitern da auch noch irgendwas aktivieren oder so? Wo kann man denn hier hin? Weil hier ist ja noch so ein Schacht, ne? Wo geht's denn hier hin? Oder ist es einfach nur eine Abkürzung? Hier geht's wahrscheinlich zu einem anderen Dings, ne? Ja, okay, alles klar. Gut. Es ist, äh, nur eine Abkürzung, glaub ich. Um die Gegner zu umgehen. Ja, und hier muss man auch... Oh, hier kann man auch rauf. Alla, Alter. Toll. Das ist ja großartig gelaufen. Und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder bei dem einen, ne? Was muss ich denn hier machen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Kacke! Toll. Wo war der letzte Speicherpunkt? Oh, nein. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, nein. Ernsthaftes Spiel. Kann der mal weggehen? Wo ist der denn? Oh, jetzt steht der da rum. Oh. Das gibt's doch nicht. Das lief so gut. Ey, ich krieg'n Anfall. Oh, ernsthaft? Hau ab, Mann! Du stiegst am Maggi. Ich bin weg. Tschüss! Du kannst mich mal. Tschau. Hau ab! Oh, gut, dass man den weglaufen kann. Vor denen. Oh, ich hätte hier noch einen Speicherpunkt. Blü, 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 blü. So, jetzt sind wir wieder hier. Klappt das jetzt so gut, so wie gerade? Dass ich jetzt einfach so durchmarschiere und die Batterie... Was? Wer? Wo? Ey, willst du mich verarschen? Du willst mich doch verarschen, Alter. Und da unten läuft auch einer, ne? Ey, Spiel, du willst mich doch jetzt verarschen. Natürlich. Natürlich falle ich jetzt runter. Was ist denn jetzt los? Röntgenblick. Ich habe auch einen Röntgenblick gleich. Wo geht's denn da hin? Ich muss doch eigentlich nur zur Batterie kommen, oder? Wo geht's denn hier hin? Ach, gar nicht. Nirgendwo. Wir haben mich gesehen, ne? Die Sau. Wo ist der? Ich versuche mein Glück. Ey, gerade hatten wir, glaube ich, echt Glück gehabt, ne? Kann das sein? Ja. Ich versuche mein Glück. Und dann. Bis dann. So, was passiert jetzt? Ach, da muss ich hin, okay. Ich würde gerne speichern, das wäre ganz toll. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir speichern könnten. Das wäre ganz großartig. Meine Wünsche wurden erhört, das ist doch ganz toll. Dann speichern wir doch direkt mal. Wo sind wir denn hier? Erstmal wieder den Arm aufladen. Das vermag nichts Gutes bedeuten. Wir sind ja unter der Erde, ne? 13 von 28. Was? Beste Sprachnachricht ever. Es gibt immer diese eine. Wo sind wir hier? Oh nein, ich höre schon. Ich komme mir gerade echt vor, als würde ich hier Outlast 3 spielen oder so. Willkommen in Mount Massive 3.0. Oh, der Demogorgon ist wieder da. Im Grün. Dann wollen wir mal hinein. Hui! 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 Ja. Ein tolles Blümchen. Wo sind wir denn jetzt? Komm. Das ist wahrscheinlich der Nachbar. Dr. Lisa Svensson, Day 89 of the N-527 Excavations. During the expansion of N-527, several remains were uncovered. This was the first time, any of us could get close to any of these violent and immense creatures. Analysis of the ice surrounding the remains proves that they have been here for well over 400.000 years. Okay. This means that they existed even before the woolly mammoth. What is even more fascinating is that they seem to have changed very little within the last hundreds of thousands of years. Like evolution is on a standstill on this world. We didn't expect this and we have to conduct research around these remains. I would like properly educated staff to be added to our ranks so we can uncover the history of these violent creatures. Dr. Lisa Svensson, N-527 Excavations. Was das der Riese, den wir mal gesehen haben?